hallo liebe studenten und liebe studentinnen du bist auf der suche nach einem studium für das wintersemester 2017 dann habe ich für dich ein ganz ganz tolles angebot jetzt und hier du möchtest vielleicht wirtschaftspsychologie oder psychologie studieren dann überleg dir mal ob du ein studium 4.0 entweder hier an unserem adventure campus in treuchtlingen vollziehst oder in ismerning oder in berlin oder an unserer privatuniversität schloss seeburg mein name ist professor dr karl peter fischer und ich bin gerade an unserem coolen wunderbaren adventure campus in treuchtlingen seht ihr schon der kletterwand mit eigener kletterwand im campus im adventure campus und du findest hier eben nicht nur tolle kletterpunkte zum klettern sondern du findest eben auch hier erfolgsgriffe für deine zukunft und für ein erfolgreiches business in zukunft lass mich zurückkommen wovon geht es eigentlich worum geht es also bei uns studieren ist ein neues konzept wir bieten ein voll akkreditiertes studium zum beispiel der wirtschaftspsychologie ein bachelor studium bachelor of arts an und zwar mit einem sehr sehr innovativen studienkonzept das ich dir ganz kurz vorstellen möchte also bei uns studierst du blendet blendet bedeutet semi virtuell und semi virtuell meint es ist ein ganz ganz individuelles studium auf dich und eine zeit und deine bedürfnisse abgestellt semi virtuell heißt du hast pro semester drei drei präsenz wochen in denen du pro semester eben an unseren campus kommst entweder an diesen riesen campus hier erlebniscampus in treuchtlingen mit eigener kletterwand ein riesengelände wo du auch übernachten kannst wo vor der haustüre im wunderschönen altmühltal ein fluss fließt wo du kanu fahren kannst wo du paddling stand up paddling machen kannst wo du kajak fahren kannst wo du auch mountainbiken kannst wenn du es nicht so ganz sportlich haben willst dann kannst du natürlich an unsere anderen standorte kommen diese sind entweder in münchen ismaning hier in treuchtlingen im altmühltal oder in una oder eben in berlin wir weiten uns jetzt auch nach schaffhausen aus in die schweiz und wir haben eine eigene privat universität die privat universität schloss seeburg am wallersee in sekirchen gleich neben salzburg also lass mich noch mal zurückkommen zu unserem semi virtuellen studium studien konzept was steckt dahinter also noch mal pro semester kommst du drei wochen an den campus und der rest läuft online auf einer sogenannten online plattform der vorteil ist du bist unabhängig wohnort unabhängig und du kannst heimatnah studieren als überlegte ob du dein studium an einer staatlichen universität überfüllt verbringen möchtest oder sehr flexibel an unterschiedlichen orten und standorten deiner wahl voll akkreditiert natürlich voll anerkannt dieser bachelor of arts somit kannst du das ganze praxisbezogen und angewandt studieren du kannst schon während dem studium berufserfahrung sammeln und du kannst deine erfahrungen und eine erkenntnisse die du hier erlangst bei uns schon praktisch umsetzen weil du ja schon wenn du glück hast als work and study unterwegs bist oder schon in firmen arbeitest weil eben dieses innovative studienkonzept die erlaubt das ganze berufs begleitend zu machen toll sind auch unsere netzwerke die du natürlich nutzen kannst um dann nahtlos wirklich nahtlos im berufsleben zu starten also guck dir das alles mal an unter dem begriff oder unter der hochschule für angewandtes management wie gesagt unsere niederlassungen sind hier in treuchtlingen oder am campus in münchen ismaning und mein name ist professor doktor karl peter fischer ich bin dein studienleiter wenn es um das thema wirtschaftspsychologie markt und werbepsychologie geht und wenn das thema online kommunikation und online marketing strategisches online marketing zum thema gemacht wird und ich werde auch in meinen lehrgängen darauf achten dass diese themen diese digitalen themen natürlich alle vorhanden sind und du eben die dinge lernst die draußen der markt wirklich braucht und dass man dich dann praktisch aus der uni heraus weg engagiert natürlich kannst du bei uns hier auch weiter aufsteigen deswegen ist vielleicht diese kletterwand sehr 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 gut ein sehr sehr gutes symbol du kannst also durchstarten und nach oben durchgehen mit deinem know how desto hier bei uns bewirbt erwirbst und es sind ja dann praktisch keine grenzen gesetzt und du kannst auch bei uns im anschluss an unserem campus ein im anschluss auch dein masterstudium beginnen also ein gutes roundabout sorglos package und es würde mich freuen die hier als student oder studentin an unserem coolen standort antreffen zu können und ja ich hoffe ich habe dich genug jetzt informiert als kleiner anstoß wenn du lust hast dann melde dich einfach bei mir du kannst mich gerne zum inhalt der studien fragen meine telefonnummer ist 0171 358 2159 mein name ist professor doktor karl peter fischer ich bin hier der spezialist für markt und werbe psychologie und für strategisches online marketing und für digitale kommunikation so und jetzt war es genug mit der coolness passend zu diesem coolen ambiente hier es würde mich also freuen wir sehen uns und ja ciao euer peter und es wäre schön wenn ihr euch meldet tschüss